Hallo, ich bin erkältet und nebenbei bin ich auch Kari Erlhoff und manchmal auch Autorin der 3 Fragezeichen, der 3 Ausrufezeichen und neuerdings auch der Rocky Beach Crimes. Zusammen mit meiner Kollegin Evelyn Boyd haben wir diese Spin-Off-Serie für euch erfunden. Es geht in erster Linie um die schönste Küstenstadt der Welt, um Rocky Beach und seine Bewohner. Die 3 Fragezeichen kommen auch vor, spielen allerdings eine untergeordnete Rolle. Ich würde sagen, Bühne frei für Tante Mathilda und Eugenie als Ermittler in spannenden Mordfällen. Wir wünschen ganz gute Unterhaltung, viel Spaß beim Lesen und falls ihr genauso krank seid wie ich oder kränker, gute Besserung.